Mit Reis haben die Schalke echt einen Trainer bekommen, der da irgendwie eine neue Energie geschaffen hat im Umkreis und der das Stadion auch wieder begeistert. Wenn du das erlebst, da fliegt so dermaßen der Keks. Da ist alles möglich. Schalke 04 gehört in die erste Bundesliga und ich hoffe, dass sich das am Ende so auch durchsetzt. Ich bin mit Schalke. Ich glaube, dass Schalke Relegation macht. Immer wenn man denkt, jetzt sind sie weg, kommen sie zurück, das ist schon erstaunliche Moral, die die Königsblauen zeigen. Heute geht es um F***ing-Togetherness und F***ing-Team. Aber ihr müsst das wirklich wollen und die Frage ist, wollt ihr wirklich? Es geht um nichts anderes mehr. Und das ist die Führung für Schalke 04. Schalke wieder untersetzt sich perfekt ab Marius Bülter. Caravan, Tyrone, 3-1. Also Wences kontern dann zu zweit, aber vielleicht reicht das ja. Bülter, 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 4-1. Und er darf auch diesmal mit links, Caravancki. Jetzt ist es hier vorbei. Bülter haben wir den nächsten Stutt gemacht, um unseren Traum dort zu sein. Wir bleiben dran und der Stutt mit knappt der Leid. Bülter, du bist ein Stutt. Bülter, Bülter... Ah, alles sind mit 16. Werfen, Flanken... Und zum Abknuss kommen... 1-1... 81. Minute! Schalke lebt... immer noch... und immer wieder! Karl Asar, guter Ball, kein Abseits! Drexler, 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 Drexler! Drexler, Drexler! Es ist ja wahnsinnig. Der Kerl klärt hinten und wacht vorne das Tor. Das ist ja krank, was hier passiert. Die rasten komplett aus hier. Wir sind ja Außenseiter. Wir sind kein Toten. Aber wir sind eins. Wir sind Schalker. Und jetzt wird es wieder schaffen, Leute. Kein Erfolg oder keine Medaille kann das für die Wettmacht manchmal stolz sein. Das ist ja schon so. Goethe jetzt mal gegen Hanke Holzen. Geht außen vorbei und macht die Führung für Schalke 04. Ah, gut gespielt. Karamann. Super für Chaos. Schalke führt wieder. Fantastisch gespielt. Und das tut er. Strafstoß für Schalke 04. 3-2. Schalke 04 führt in Mainz. Schon wieder hinten raus brutal, was die abreißen. Und die überlebenswichtigen drei Punkte. Tabellenplatz 14 für ein Team, das weiß nicht wie oft begraben wurde. 3-3. Schalke 04.